So, ich habe den Welspring. Ich weiß gar nicht, wie ewig ich jetzt schon meine Hand und Schultern mal gespielt habe. Immer mal so zwischendurch mal so, aber nicht wirklich intensiv. Mir kam es gerade vor, als hätte ich jetzt hier einen Blitz gesehen, aber wahrscheinlich vom letzten Spiel noch Restbeständer. Ey, ich habe wohl Medi-Packs auch mal, ich hätte mich wohl heilen können. Ist das neu oder war das ... Ich kann mich nicht erinnern, dass das früher schon so war. Da musstest du die Medi-Packs, glaube ich, einsammeln. Oder war das ... Ich weiß es nicht mehr, das ist schon zu lange her. Oh ... Oh ... Oh ... Schrotflinder mit Bayonett. Springfield, die mag ich nicht, nicht sonderlich, zählt nicht zu meinen Lieblingswaffen. Was ist das? Wo wächst? Oh, Gesundheitsspritzer, sehr schön. Abgestochen wie ein Schwein. Was sind denn das Spritzer? Nehme ich dankbar an. Was ist das? 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 Blöden Viechter. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Sweetbell. Ist gar nicht so weit weg von uns. Boah, Alter. Das dumme Vieh. Eine Pistole wäre auch nicht so schlecht. Mach so eine Zweitwaffe. Und wir haben jetzt eine Schrotflinte. Versuchen mal direkt reinzukommen. Was ist das? 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 Scheiße, das war schon der Typ. So, ich habe den Welspring. Jetzt muss ich hier überleben. So, ich habe den Welspring. So, ich muss ein bisschen haushalten mit meiner Munition. Keine Munitionskiste hier. Noch zweieinhalb Minuten. Also mehr, da versucht mich zu wallbangen. So, ich habe den Welspring. Oh, wir haben uns beide erschossen. Oh nein. So ein Mist. Aber dafür, dass ich es schon eine Ewigkeit nicht mehr gespielt habe, lief es doch gar nicht mal so schlecht. Ich denke, ich habe den auch noch abgeknallt. Also wir haben, das nennt sich getradet. Schade war es, das macht auch Spaß, echt ohne Witz. Also es ist auch gut nervenaufreibend.